Paris Whitney Hilton 17. Februar 1981 in New York City, ist ein amerikanisches Model, Sängerin, Schauspielerin und Designerin. Sie ist die Urenkelin des Hotelgründers Konrad Hilton und eine der zukünftigen Erben des Hilton-Vermögens. Breitere Bekanntheit erlangte sie neben ihrem familiären Hintergrund zunächst als eine der beiden Hauptrollen in dem Dokusub-Format The Simple Life und als weibliche Protagonistin eines privaten Sex-Videos, das als One Night in Paris kommerziell vertrieben wurde und im Jahr 2005 eine Auszeichnung als meistverkaufter pornografischer Film des Jahres erhielt. Mit ihrem schillernden Lebensstil und ihren provozierenden Auftritten zieht Paris Hilton bewusst das Medieninteresse auf sich und nutzt diesen Umstand zur erfolgreichen Selbstvermarktung. 2005 wurden sie vom Musiksender Viet Schwan mit dem Titel It Girl des Jahres ausgezeichnet. Privatleben Paris Hilton ist die älteste Tochter von Richard Hilton und Cassie Richards Hilton. Sie hat eine jüngere Schwester namens Nikolaj Niki Hilton und zwei jüngere Brüder, Bernd und Konrad Hilton. Ihre Schulzeit verbrachte Hilton auf der Canterbury School in Connecticut, der Buckley School in Sherman Oaks, Kalifornien, und zuletzt auf der Dwight School in New York, wo sie Cheerleader war. Im Alter von 17 Jahren verließ sie die Schule. Drei Jahre später begann sie, als Model zu arbeiten. Neben der Arbeit als Model wirkte Hilton in einigen weniger bekannten Filmen als Nebendarstellerin mit. 2000 hatte sie einen ersten Erfolg, als sie für die Zeitschriften GQ und FHM fotografiert wurde. Im Jahr 2003 spielte Paris Hilton in der vom US-Fernsehsender Fox produzierten Serie The Simple Life mit, in der sie an der Seite ihrer Freundin Nicole Ritschi das ländliche Leben auf einer Farm in Altus, Arkansas, kennenlernte. Die anfangs schlechten Einschaltquoten verbesserten sich, nachdem ein privates Sexvideo von ihr in der Öffentlichkeit aufgetaucht war. Ihr Ex-Freund Rick Salomon hatte den Film unter dem Titel One Night in Paris als VHS-Video und DVD veröffentlicht. Im Jahr 2005 wurde der Film mit drei Arm Awards, und andere als bestverkauftes und bestvermietetes Sex-Video, ausgezeichnet. Paris Hilton verklagte Salomon und ihr wurden nachträglich eine Entschädigung von 400.000 US-Dollar sowie eine Beteiligung am Verkaufserlös zugesprochen. Nach der fünften Staffel, Ghost to Camp, wurde The Simple Life abgesetzt. Paris Hilton veröffentlichte 2004 ein Buch mit dem Titel Confessions of an Eris, Artang in Schick Big Behind the Post. Es stand wochenlang in den Top-Denber-Bestseller-Liste der New York Times. 2005 erhielt sie nach einigen kleineren Nebenrollen ihre erste größere Filmrolle, und zwar in dem Horrorfilm House of Vex. Von Mai bis Oktober 2005 war Paris Hilton mit dem griechischen Multimilliarder Sohn Paris Latsis verlobt. Um Geld für die Opfer des Harrikens Katrina zu sammeln, versteigerte Paris Hilton sich selbst und brachte damit der Spendenkasse 200.000 US-Dollar, rund 162.000 Euro, ein, die ein männlicher Feen für einen Silvesterabend mit ihr bezahlte. Am 15. Februar 2007 war Paris Hilton Richard Lugners Stargast beim alljährlichen Wiener Opernball. Im September 2006 wurde Paris Hilton wegen Trunkenheit am Steuer der Führerschein entzogen. Ende Februar 2007 wurde Hilton erneut von Polizisten angehalten, weil sie nachts ohne Licht gefahren war. Die Beamten stellten fest, dass sie ohne gültige Fahrerlaubnis hinter dem Steuer saß und damit gegen die Bewährungsauflagen verstoßen hatte. Am 4. Mai 2007 verurteilte sie daher ein kalifornisches Gericht zu 45 Tagen Gefängnis im Century Regional Detention Center in Lingwat. Das Gericht betrachtete Hiltons Entschuldigung, ihr Sprecher Elliot Mintz habe sie falsch über die Bewährungsauflagen unterrichtet, als irrelevant. Die Hotel Abin hatte ihr wiederholtes Fahren ohne Fahrerlaubnis vor Gericht damit begründet. Mintz habe ihr mehrfach gesagt, der Führerschein sei nur für einen Monat entzogen und sie könne für berufliche Zwecke weiter Autofahren. Ihre Haftstrafe musste sie am 5. Juni 2007 antreten, sonst hätte sich diese auf 90 Tage verdoppelt. Elliot Mintz wurde von Paris Hilton noch am selben Tag entlassen. Hiltons Anwalt legte sofort nach Urteilsverkündung Berufung ein. Paris Hilton versuchte mit Briefen an verschiedene Politiker, unter anderem an den kalifornischen Gouverneur Arnold Schwarzenegger, eine Überprüfung des Urteils zu veranlassen. Ihre Bemühungen zeigten offenbar Wirkung, denn am 17. Mai 2007 wurde ihre Haftstrafe auf 23 Tage verkürzt. Die Gefängnisbehörde rechnete es Hilton an, dass sie zum letzten Gerichtstermin pünktlich erschienen war. Am frühen Morgen des 7. Juni 2007 wurden sie schließlich nach drei Tagen Haftzeit aus dem Frauengefängnis im kalifornischen Lingwart entlassen und unter Hausarrest gestellt, nachdem zunächst ihr Anwalt und später ihr Psychiater sie im Gefängnis besucht hatten. Die Behörden begründeten die Entlassung mit medizinischen Gründen. Am Morgen des 8. Juni wurde Hilton wieder vor Gericht geladen. Richter Michael T. Sauer stellte dort fest, dass die Entlassung in den Hausarrest nicht zulässig gewesen sei und Hilton ihre volle Haftstrafe im Gefängnis zu verbringen habe. Hilton wurde daraufhin weinend und schreiend aus dem Gerichtssaal wieder ins Gefängnis gebracht. In der Nacht vom 25. auf den 26. Juni 2007 wurden sie wegen guter Führung aus dem Gefängnis entlassen. Ab Mai 2008 wurde ihre Reality-Show Mein UBFF gleich Best Friend Forever, in Los Angeles gedreht. Hilton suchte mithilfe dieser Sendung eine neue beste Freundin. Wegen des großen Interesses und der hohen Zuschauerzahlen in den USA drehte Hilton im Anschluss eine britische und eine Indubai spielende Version ihrer Show. Im Oktober 2009 war sie in der amerikanischen Mystery-Serie Supernatural zu sehen. Darin spielt sie eine heidnische Gottheit, welche die Gestalt der Hotel-Abin annimmt. Am 28. August 2010 wurde bei Hilton im Rahmen einer Fahrzeugkontrolle in Las Vegas Kokain gefunden, was zu ihrer Verhaftung wegen Drogenbesitzes führte. Am nächsten Morgen wurde sie ohne Kaution wieder entlassen und im Herbst desselben Jahres zu einem Jahr auf Bewährung, 200 Stunden gemeinnütziger Arbeit und einer Geldstrafe von 2000 US-Dollar verurteilt. Ab Februar 2017 war sie mit dem US-amerikanischen Schauspieler Chris Yulka liiert und von Januar bis November 2018 mit ihm verlobt. Unternehmen von Paris Hilton Trotz ihres zur Schau gestellten Partylebens betätigt sich Hilton auch als Geschäftsfrau in den verschiedensten Bereichen. Den Grundstein legte ein Modelabel im Japan, das sie gemeinsam mit Schwester Niki gründete, um exklusive Taschen zu vertreiben. Das Geschäft wurde auf Accessoire, Kleidung, Schmuck und Parfümer ausgeweitet. 2005 gab Hilton ihren Namen auch für eine geplante Kette von Nachtclubs unter der Bezeichnung Club Paris her. Dem ersten Club in Orlando, Florida, folgte ein zweiter Club in Jacksonville, Florida, der im Juli 2006 Eröffnung hatte. Weitere Standorte, U.A. Las Vegas, sollten anfangs folgen, Hilton wurde aber im Januar 2007 vom Eigentümer des Club Paris, Fred Kalilian, gekündigt, nachdem sie sich angeblich nicht oft genug mit Prominenten im Club gezeigt hatte, und die Clubs wurden wieder geschlossen.